So, hallo und alle zur nächsten Folge von Slither.io Und heute habe ich gedacht, spiele ich mal wieder eine nächste Runde oder eine weitere Runde Und zwar nenne ich mich heute mal ausnahmsweise Saga Phoenix On Play On Go Und, äh, ja Ich wick mich mal so ein kleines bisschen durch Und wir gucken mal, was wir heute reißen können Wie ich sagen, uh, da haben wir doch Ja, ich krieg nichts davon Netter Start, würde ich sagen Hallöchen Ja, ich, äh, würde sagen Das ist ja schon mal ein ganz, ganz guter Anfang Da bin ich schon bei gleich 3000 Why not? Ich befinde mich gerade hier so ein bisschen am Anfang Am, am, am Mittelpunkt von der Karte Hier bleib ich einmal ein kleines Leichen, denke ich Denn hier ist immer die meiste Action Und jetzt gerade lagts bei mir Sehr komisch Hallo Internet, ich bin tot Denk ich mal Äh, ja Ja, geil Ich glaub ich muss die Seite neu an Ja gut, schade auch Dann, äh, probieren wir's halt nochmal Ja, hat's irgendwie aufgehangen Das passiert halt ab und an mal So ein bisschen Und jetzt Sind die Punkte wieder weg Aber macht nichts Wir holen die uns einfach Neu Mal wieder Dazu Und Da hätten wir ein bisschen was Was ich schnappen kann Und, äh Da haben wir eine coole Kugel Und, äh, ich guck mal Ob ich demnächst wieder was Abstauben Kann Irgendwo hier so in dem Bereich Da ist wieder ein dicker Vielleicht killen wir auch einfach mal einen dicken Hm Was? Kleiner, dünner Michael Oh Da hat jemand Einge... Hehehehe Da ist einer eingeschlenkelt Tja, was machen wir denn da? Wir, äh, gucken mal Ob wir nicht Irgendwo anders schlagen können Zum Beispiel Äh, ja Das war dumm Okay, noch ein Versuch Aber eben gerade hatte ich eh nicht so einen guten Start Weil es war hier nichts los Gehen wir so ein bisschen in die Mitte Dann ist wieder mehr los Platz 1 ist 6000 Oh, das ist gar nicht mal so viel Äh, so wenig Äh, Quatsch So viel meine ich Das ist gar nicht mal so viel 6700 ist ja fast gar nichts Also, äh Da ist die Top Würde ich sagen Drinnen, oder? Ich würde sagen schon Ach ja, bevor ich es vergesse Ich glaube auch Ich mache dieses Mal wieder ein bisschen Musik im Hintergrund Wer hätte es gedacht Jep Und zwar die gute alte Oldschool Musik Von Kasti Weil ich da weiß Dass da Alles mit okay ist Gut Wer hätte mir die auch schon ausgeschaltet Ja, die andere Kugel Da kommen wir jetzt Egal Egal Weiter in die Mitte Weiter in die Mitte Weiter in die Mitte Schade Das war so gut Die erste Runde Ich war so Äh Ihr wisst wie es ist Ähm Wenn ihr das auch mal zum Beispiel Das Äh Es nicht immer leicht ist Einen guten Start zu kriegen Damdamdamdamdamdamdamdamdamdamdamdam Bam War gleich die nächste gekillt Yes Was haben wir denn schon Wir sind 1700 100 Oh Da oben sieht sie aus Nice Und Das Auch wieder weiter aus Huiuiuiui Was haben wir denn da Oh Noise Ich mach mal das Da hier eben Oh 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 Lecko Mio Was geht denn hier ab Das frage ich mich Was geht denn hier ab Da bin ich 8000 Ich bin auf Platz 7 Schauen wir uns auf Platz 1 Am besten ohne vorher zu frecken Ähm Ich hoff's doch mal Oh Kann ich den vielleicht Ha Da kann ich einen erschlängeln Da kann ich einen erschlängeln Ja ich mach jetzt Absicht nicht so große Dinger Oh Das fühlt sich immer so cool an Ja 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 Da haben wir einen Nicht was Ich will übrigens Äh Vermeiden Dass er mich Vielleicht so sneak Indem er so direkt senkrecht Vor mich fährt Was ermöglicht Jetzt in seiner super Mini Geschwindigkeit Ah ok Jetzt hat er das auch gegeben Uhuhuhu Das äh Find ich gut Da fang ich jetzt mal nicht lang Wir sind auf 9200 Auf Platz 7 Immer noch Ok Immer noch auf Platz 7 Ich versuche uns Das ein bisschen passiv Jetzt zu spielen Ja nicht Dass Ähm Wir Also Easy von irgendwas Gekloppt werden Da oben ist was am Start Hui Da war auch jemand Voreilig Glaube ich Und Da ist auch irgendwas Kaputt gegangen Und da ist wieder Was kaputt gegangen Uhuhu Wir sind auf Platz 5 Wir sind auf Platz 5 Auf Platz 5 Auf Platz 5 Auf Platz 5 Uiuiui Was haben wir denn hier am Start Uhuhu Auf Platz 3 Sind wir Auf Platz 2 Sind wir Leute Das wird ein Platz 1 Das wird ein Platz 1 Ich sag's euch Das wird ein Platz 1 Oh ne Witz Oh ne Witz Jetzt hab ich einen Run Läuft die Aufnahme? Ja die läuft Uhuhu Ohuhu Ohuhu Ich versuch gerade mal Ups Komm schon Platz 1 Ich versuch mal hier so ein bisschen Oh Ohohu Da hab ich aber 3 Stück Da hab ich 3 Stück erwischt Ach ja Ich find's ja witzig Äh Hehehe Und da ist der erste Gerippt Hallo Wubi Bringt's überhaupt was den zu knuspern Ich glaube nicht Heiligin Ich versuch mich so ganz langsam Nicht so ganz ganz langsam Enger zu machen Jetzt Da Haben wir es da Mal hier so eine 8 Und dann Ich bin noch auf 2 Immer noch auf Platz 2 Immer noch Immer noch Jetzt auf Platz 1 Zack Platz 1 Oh wie groß können wir gehen Wie groß schaffen wir es noch Hallöchen Ja ist halt jetzt wieder ein ganz kleiner Also wirklich mini Würmchen Alter Okay Jetzt kann ich wieder einmal da durch Und noch hier vorne Ah das tut so gut Das tut echt gerade gut Oh Da hat er es Na da trenne ich mich mal lieber 17.800 Okay ja Das Ich glaube ich hatte schon mal In die 20 oder so Kann das sein Egal Ich bin trotzdem auf Platz 1 Ich bin auf Platz 1 Endlich Fühlt sich halt geil an Tja das ist halt nur die Sache Äh Was machen wir dann da Ich versuch auch gerade mal so Und Oh Nein Das war zu gierig Egal Nice Runde denke ich mal Ich weiß nicht wie lange ich aufgenommen habe Ja ein bisschen habe ich aufgenommen Ich äh Sekunde So ich denke mal Wir könnten noch ein kleines Rundchen versuchen Ich will jetzt nicht ein großes Rundchen hinkriegen Ein kleines Würde mir eigentlich schon reichen Auch Aber Ich versuche jetzt gerade mal in der Runde Vielleicht ein paar Kills zu machen Einfach nur Kills sozusagen Von den fetten Stangen Ja Ich will jetzt mal eine risky Runde Falls ich es irgendwie hinkriege Gerade Die fährt quer ich über sich selbst durch Ja So risky wollte ich es auch nicht haben Nochmal bitte Alter 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 Die risky Runden muss ich aber nach oben Was ist denn hier in der Mitte Da ist mehr los Oh Na das ist doch mal nett hier So Wollen wir hier den Alien holen Ich glaube schaffen wir nicht Schaffen wir nicht Der ist so weit weg Und vorher geht mir die Munition hier aus Dann Den würde ich auch holen Ja Versuch was wir Ähm Komm schon halt noch Das ist jetzt wirklich mit Absicht zu Die risky Moves zu machen Ja Ausnahmsweise Weil wenn ich jetzt nochmal so eine fette Schlange werde Dann wird das Video Zehn Jahre lang Kann man das so machen So Und dann Oh Oh Da kill's my friend Ha Gleich schon auf so einem niedrigen Level Einen eingeschlängelt Nein Ja das kann auch passieren Ist ja was Ich geb's auf Wir sehen uns im nächsten Part Bis dann Lass krachen und tschüss gu 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 Vielen Dank.